seltsames bauwerk ja da werden wir hin da müssen wir hin hallo miri einen wunderschönen guten abend schön dich zu sehen so einmal kurz da hinten das weichholz reinschmeißen habe nämlich schon wieder vergessen sie ist fertig ja 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 nein wie krieg ich das wieder weg nein 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 das modus okay herrlich kaffee marsch ja nämlich nämlich jetzt habe ich da gerade machen jetzt kann ich ja wieder von oben rein kämpfen jetzt hat kein problem dankeschön erst mal bei dem letzten schauen ja wegen den gelben kristallen meinst du aber klar dass der nach hinten passt ach komm schon mach nicht so menno naja modus left shift left shift wieder aus wie sieht es aus wie gut aus oder so hartholz brauchen wir da wer hätte das gedacht hartholz und eisenbarren aber morgen früh werden wir jetzt erstmal noch mal giftige sporen sammeln ua oh meinst du oh meinst du hartholz bin überladen natürlich ich sollte das schnell wegbringen bevor ja na so hartholz jeden fall muss hier nicht rein das muss definitiv mir ist das hier zu dunkel aber ich habe selber nicht so eisenbaren fehlen hier noch aber sieht doch schon mal ganz gut aus oder kann man so nehmen aber an der seite noch und dann haben ein schönes lager und ich kann mich bewegen wie lange haben wir noch nachtrohr geht noch so ja meisen drinnen das brauchen wir jetzt nicht ich wollte jetzt einmal hat hat das 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 ist das das doch kann ich die frage ist jetzt wenn ich das jetzt hier rein tun guten tuch steine wenn ich das jetzt hier rein tun kann greifen die da hinten darauf zu ob meine geräte wahrscheinlich nicht meine geräte greifen wahrscheinlich dann nicht darauf zu oder metall lasse ich mal noch hier was was ich hier noch mehr metall daueres glas giftige spore ich habe gar keine holz mehr guck mal das hier kann auch schon mal umziehen die blümchen und die farben die ziehen wir jetzt mal um hat mir nicht ein blümchen gesammelt noch irgendwo ja da ist egal zu weit weg also müsste ich die maschinen quasi auch hier einbauen richtig da haben wir das dann machen wir hier die blümchen das holz ist hier drin da stein drin blumen und farben die joden splitter und bernstein die verkaufen morgen die und splitter und bernstein mache ich mal hier rein und die elektronik das öl kommt hier vorne rein so das ist ja da müsste ich die ganzen maschinen hier einbauen kann ich die für die musik zerstören ich kann ihn nicht versetzen oder so oder daneben eine zweite scheune ok wir müssen jetzt wieder sporen sammeln so aber wieso regnet das noch ja 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 im regen aber im regen ist ja auch gemein ne im regen ist ja auch gemein ne ok wie wir sind runtergekommen zwei oha da war ja auch schon mal besser da war ich aber auch schon mal besser versetzen geht auch muss aber leer sein und das ist ja nicht das denken also wenn ich die versetzen kann und die nicht dauernd das alles neu bauen muss das wäre ja nicht so schlimm 17 stück aber ich habe habe ich noch ein übersehen war noch mal 18 oder ok ich werde es jetzt hier einmal hinter mir lassen da rein und werde mich mal zu diesem seltsamen bauwerk begeben wobei ich weiß noch nicht wir müssen noch mal hier zum treppenviertel die gebirgsküste hatten wir gemacht komm wir machen die gebirgsküste immer weg hier da möchte ich jetzt mal hin ich möchte gucken nach den kristallen die frage ist wo lang laufen wir werden am seltsamen bauwerk vorbeikommen richtig wir gehen mal hier hoch ich verlaufe mich sowieso also bin ich mir ziemlich sicher dass ich mich verlaufen werde schon in den ersten zehn metern wie guru sagen würde natürlich war klar warte mal ach man du würdest aber auch hundertprozentige materialen zurückkommen beim abbauen ja aber ich würde es dann das stimmt so wir gehen hier rum keine ahnung ob das richtig ist oder nicht wir versuchen es einfach mal das ist bestimmt nicht richtig wir kommen zuerst zu den seltsamen bauwerk und dann so damit auch das erledigt ist ok jetzt sind wir hier bei diesem seltsamen bauwerk alle spieler müssen fortfahren will ich da rein wapps 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 Mats wapps wapps Das ist nicht mehr, als meine Sensors zu erreichen. Ihr Mech wird meine Augen und Ears sein. Nein, nein, aber warum konnte ich jetzt noch nichts machen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe keinen Plan, ob das, was ich hier tue, richtig ist. Das sollte euch bewusst sein. Okay, das zieht sich durch die, das Wasser zieht sich durch die ganze Anlage und wird für eine lange Zeit ausgereicht. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bin total lost. Okay. Oh, es ist so getrückt. Also es sind quasi so Wohnschlafcontainer oder was. Ich schätze mal, ich soll mich hier nicht drauf stellen, oder? Ach komm, das ist kaputt, okay, alles klar. Der fünfte Element, Matrix, oh Gott. Also mir macht das gerade extrem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber richtig dieses düstere Unbehagen. Tuch. Da ist doch keiner mehr, sind längst alle ausgestorben. Ja, ich meine, der Weg ist jetzt hier vorgegeben, ich kann nur dadurch, wo es halt, ne? Aber ich bin total schon lost, also. Okay. Oh nein, ich soll jetzt nicht da durch, oder? Nicely done. Ich glaube, das Kabel-Management ist ein Husten in allen Körnern der Galaxie. Ich werde immer die Energie-Circus zu versuchen, wie ihre Technik funktioniert. Bin ich von da gekommen, oder ist das jetzt aufgegangen? Muss da lang, oder? Sonst wäre die Tür ja nicht aufgegangen. Oh Gott. Ich träume heute Nacht von Türen. Es wäre mal was anderes, wenn ich das träumen würde. Das wäre ja mal was anderes. Server-Schnecke. Noch eine Tür ohne Strom. Aber welcher? Kann ich das auch machen? Nee, ne? Nee, ne?